...startet jetzt. Ja, geht. Ist das cool. Und so kann man eine flüssige Flasche aufmachen, ohne dass auch nur ein Tropfen rauskommt. Versuch mal was zu trinken. Ich warte erst mal, bis es durchgefroren ist. Sieht das irre aus, oder? Na, ganz durchfriert es nicht. Ja, versuchen wir uns zu kippen. So, dass ich es auch sehe vielleicht. So, dass ich es auch sehe. Es kommt ein bisschen was raus. Ja, ja, okay, ich sehe es schon. Ich sehe es schon, ja. Irre. Aber da, jetzt friert es weiter. Muss wahrscheinlich nur die kalte Luft reinkommen, oder so. Ja, das ist ein Irre aus. Ey, das sieht so irre aus. Bis zum Boden durchgefroren gleich. Bis zum Boden. Vielen Dank. Und jetzt ist die ganze Flasche durchgefroren. Also in der Mitte ist ein dicker Eiskern.